Diese Runde geht definitiv an Tom. Ja, bestimmt. Ich habe mich auch lange darauf vorbereitet. BUUUUUH! Du bist disqualifiziert, also. Ja, weißt du, Kahn, ich möchte das hier jetzt auch nicht mehr. Du bewertest nicht fair. Ja, guck mal, was sie macht. Sie macht gar nichts! Yo! Was? Läuft? Leute, herzlich willkommen, ja, mal wieder zur Turnstunde. Und zwar heute mit Tom. Hallo! Wir werden heute im Wettkampf natürlich ganz olympisch, auch wenn die Olympischen Spiele jetzt eigentlich schon durch sind. Werden wir das natürlich fortführen. Beim letzten Mal haben wir mit Danja geübt. Trotzdem geht die Stimme erstmal an Tom. Also man kann hier auch abstimmen, wer dann gewonnen hat. Und wir schauen dann einfach mal immer. Hier ist die Jury. Und man hat immer 15 Sekunden Zeit, um sich zu beweisen. So, dann zeig mal Danja, was du drauf hast. Danja ist dran. Tom, hör auf. Ja, Entschuldigung. Okay. Ja. Kommt noch was? Oh, ja. Starke Abgang. Ja, stark. Tom, wir sehen dich jetzt. Tom ist dran. Oh, oh, stark, stark, stark. Boah! Danja. Ja, war es. Ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keine Zeit nachzudenken. Als ich angefangen habe, hast du noch halb dein Intro gemacht. Du kannst dir ein bisschen was abgucken. Der Abgang war nicht so gut. Diese Runde geht definitiv an Tom. Ja, bestimmt. Ich habe mich auch lange darauf vorbereitet. Ja, ganz ehrlich, in der nächsten Runde zeige ich es euch. Zeige ich jetzt schon. Wir beiden. Okay, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Okay. Ja, der macht doch mal. Hallo, du rennst doch nur. Hä? Ich mache doch hier was. Du rennst doch nur hin und her. Ach so, ja. Es waren die falschen Übungen. Entschuldigung. Tom, du bist dran. Hallo, du bist die Jüre. Die muss auch sagen, wenn Tom dran ist. Ja, Tom ist dran. Das fand ich jetzt ein bisschen unfair von dir. Nee, ich stehe doch da oben. Gut war das jetzt nicht von Tom. Du musst schon selber wissen, wann deine Zeit zu Ende ist. Ja, ganz klar für mich. Komm schon, Danja. Ja, was? Ich bin der geborene Tourner. Leute, bitte. Ja, nee, also. So, okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja. Mhm. Ja, nicht überzeugend. Ja, oh, den fand ich gut, den Move. Jetzt läufst du nur. Boah, aber war ein starker Abgang, muss ich sagen. War ein starker Abgang. Ja, danke, danke. So, jetzt musst du hier mal gucken bei mir. Ja. Buh. Hey, Ruhe, das gibt Minuspunkte. Oh Gott. Ja, du hast irgendwie, also bei Danja sah es aus, als hättest du immer nur den gleichen Move gemacht. Ja, fand ich auch. Hab ich aber nicht. Ich hab Vorwärtsrolle. Ich hab ein Rad gemacht. Ich hab vorderes Rückwärts und Rückwalkover gemacht. Handstand, Bridge, Kickover. Okay, ich bin dran, ich bin dran. Ganz ehrlich, geht gar nicht, Kahn. Also ich find, ich find das irgendwie hier nicht so richtig fair. Das sind hier die, die olympischen Beschummelungsspiele. So, ich hoffe, du hast bei mir zugeguckt. Da macht Liegestütze. Ja, Liegestütze. Was soll das denn? Das war nur der Anfang. Ich brauch nicht die vollen 15 Sekunden. Guck dir das an hier. Nee, dafür gibt's Punktabzug. Ey, ist voll gemein. Ey, komm schon. Das ist jetzt aber die Goldmedaille für mich. Das war voll gemein, dass der jetzt einfach Punktabzug dafür gab. Ja! So. Nee, es gibt hier keine Liegestütze. Das war nicht fair. Das war nicht fair. So, ich schaue. Danja, als erstes. Ja. Ja, stabil, ganz ruhig. Ja, das ist ja jetzt, ja. Ja, doch, find ich schon auch wichtig. Ja, aber das gehört jetzt zum Warp. Okay, alles klar. Tom, du bist dran. Ja. Boah, ich hab mich verklickt. So. Oh, stark. Stark! Ja, ja, aber nicht ganz sauber ausgeführt. Boah, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich muss aber sagen, in diesem Fall hat Danja gewonnen. Danke. Ja. Boah, was fand ich jetzt? Weiß ich nicht. Ja, aber du hast zu lange gebraucht und der letzte Abgang war nicht so gut. So, okay. Tom, du bist dran. Okay. Ja. Oh ja, das geht natürlich schon ganz stark los hier. Also, Kahn, das wird schwierig, das zu toppen. Da sehe ich hier, oi, also wirklich. So, ich bin dran. Hab ich abgeliefert. Jährlich. Ja, Kahn legt auch gut nach. Oh, das war ein schöner Sprung, ja. Ja. Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung jetzt, weil ihr habt das beide richtig gut gemacht. Ey, das war, ey, ganz klar. Ah. Ganz klar hier für Real Madrid hier heute. Unentschieden. Warum hast du nicht gewählt? Was ist das denn? Ich hab doch gewählt. Okay, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ja, fand ich an sich nicht schlecht. Bisschen lange Pausen zwischen den Moves. Okay, Danja, du bist dran. Ja, Danja lässt sich eine künstlerische Pause. Das gehört auch mal dazu. Ja, okay, also das hat mich überhaupt nicht... Warum bin ich raus? Das ist mich jetzt auch nicht überzeugt. Warte, ich bin raus. Ich hab irgendwo hingeklickt, wo ich nicht hinklicken wollte. Okay, warte ich mal. Du bist desqualifiziert, also. Ja, ich bin aus dem Server raus. Sorry. Hm, seh ich schon. Mhm, mhm, mhm. Ja, ich war ein bisschen nervös. Ich war vielleicht ein bisschen nervös jetzt, okay? Ja, ein bisschen nervös. Also, ich bin jetzt so Zuschauer. Ich werd das jetzt... Ihr könnt noch ein bisschen üben. So, hier hinten gibt es auch Practice Area, aber... Und es gibt auch VIP, seh ich gerade. Okay. Guck mal, hier gibt's auch ganz andere Sachen. Ja, können wir vielleicht mal was anderes machen, als hier immer nur das? Ja, dann müsst ihr euch VIP hier kaufen. Ja, Danja, du bist dran. Danja! Ja. Ja, was ist... Tom, du schaust ja gar nicht zu. Ja, ich dachte, wir machen was anderes. Entschuldigung. Das dachte ich jetzt nämlich eigentlich auch. Erstmal nicht. Ja, toll, aber das kannst du jetzt ja gar nicht bewerten. Warte, ich komm... Ich komm ganz normal wieder zu meinem, äh... Jurorenplatz. Ja, sorry, aber das kannst du doch jetzt nicht bewerten. Das ist doch jetzt hier... Nee, mach ich auch nicht. Ich halt mich raus. Hä, wieso denn? Aber guck mal, was für eine Performance ich hier abliefere, Mann. Ja, aber vielleicht war meine Performance auch so gut, das kann er überhaupt nicht wissen. Habt ihr das mal gesehen? Aber guck mal, was ich für eine Performance hier auf dem Stuhl abliefern kann. Außerdem, ihr habt gar nicht die richtige Kleidung an. Tom, jetzt guck doch mal zu. Mann, ey. Wie, du bist doch... Ach, da hinten. Warum bin ich denn schon wieder Juror? Ja. Guck doch mal hier. Oh, stark. Oh, der letzte Move. Der hätt's nicht gebraucht. Den hätt's nicht gemacht. Ja, du hast den Juror beleidigt. Das geht eh schon Punktabzug. Ja, aber das ist hier die Performance des Jahres. Ja, geht ganz klar in Kahn. Was? Ja, du hast dann ja gewählt. Also, so vor... Also, das kann man ja sehen. Was? Wer hat wieder nicht gewählt? So, ich hab jetzt extra VIP gekauft. Warum sind wir denn immer noch hier? Mann. So, ich... Ah, hallo, ich bin wieder dran. Ich komm... Ich komm einfach niemals runter von dieser Mattig. Wieso muss ich denn jetzt schon wieder... Ich möchte mir ja auch mal kurz meine Tourensachen anziehen. Ist egal, deine Tourensachen interessieren nicht. Ey, Tom! Ja? Hallo? Wo bist du denn, Mann? Ja, ich bin noch hier. Ja, viel zu spät. Wir machen das ja jetzt so. Jeder hat drei Sekunden Zeit. Jeder zeigt jetzt die Performance gleichzeitig. Nee, ganz ehrlich, ich will hier nichts mehr zeigen mit Performance. Ich will jetzt hier mal was anderes machen. Ich möchte mal am Barren touren. Ja, aber das ist hier nicht. Danja hat vor lauter Aufregung beim Bodenturn schon ihre Haare verloren. Guckt euch das mal an. Ja, Tom, das ist... Das habe ich jahrelang... Das habe ich jahrelang schon so geübt. Das ist die falsche Sportart gerade. Nein, ich habe jahrelang dafür geübt, das in der Luft machen zu können. Ja, das nennt man auch Schummeln. Ja, weißt du, Kahn, ich möchte das hier jetzt auch nicht mehr. Du bewertest nicht fair. Doch, ich bewerte fair. Guck mal, Danja, wie viel... Guck mal, wie viel Mühe sich Danja gibt. Guck mal. Guck mal, wie viel Mühe sich Danja gibt. Außerdem, du diskutierst mit der Jury und das gibt ganz klar Punktabzug. Ja, ich möchte jetzt hier nicht mehr. Doch, musst du aber. Nee, ich gebe mir hier Mühe, um als erster Turner auf der Welt... Zeig mal, was du drauf hast, Danja. Ja, guck dir das doch mal an, was ich hier in der Luft mache. Da habe ich jahrelang für geübt. Weiß ich jetzt nicht. Ja, sorry, Tom, das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Das zählt halt nicht. So, guck dir jetzt... Guck dir das jetzt an. Danja. Ich kaufe jetzt hier im Schraub. Du sollst dich kaufen. Du sollst hier beurteilen. Ja, alles schön. Schickimicki. Was ist denn, wenn ich mir jetzt hier VIP kaufe? Was habe ich denn dann davon? Ja, dann kann man in diesen Raum, aber ich habe das Gefühl... Ich will in den VIP. Ich will in den VIP. Ich habe jetzt VIP gekauft. Ja, ich auch, aber wir können hier nicht runter. Wir kommen nie wieder hier weg einfach. Wir werden jetzt für immer touren. Guck mal, boah, was für eine Drehung. Ey, perfekt. Bisschen zu lang für einen Abganggebrauch. Es war ein perfekter Durchgang. Es war perfekt. Perfekt. Okay, ich muss schon sagen, Danja gerade auch nicht schlecht. Das war schon ziemlich gut. Ja, komm. Wir rennen jetzt in diesen Raum rein, ne? So, ich bin jetzt mal in diesen VIP-Raum reingegangen, ne? Theoretisch muss ich doch jetzt hier eigentlich einfach loslegen können, oder? So, weißt du was? Ich denke, wir können hier nach, wird es Zeit für internationale Turniere. Wir haben hier genügend geübt. Wir gehen jetzt auf internationale Turniere, damit das klar ist. So, und das werdet ihr jetzt sehen. So, Leute. Wir haben uns jetzt entschieden, bei einem internationalen Turnier teilzunehmen. Hier können wir auch ein bisschen üben. Ihr seht schon, wir sind auf Top-Level jetzt gerade. Die anderen können uns hier auch bewerten, ne? Also, die Jury ist wirklich international. Also, gebt euch Mühe. So, Danja, du bist dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, warte, warte. Sie ist dran. Okay. Tom, du sollst dich üben. Du sollst jetzt beobachten. Okay, Danja, sie macht das echt gut. Sie macht das echt gut. Ihr werdet dann aber schon für mich voten, oder? Ja, wenn du das gut machst. So, zeig mal. Zeig jetzt mal, was du drauf hast. Boah, stark. Danja, 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 Danja. Okay, das ist, darum lassen wir es. Boah, es war schon stark. Ich glaube, Danja, ja. Also, für international reicht es auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall für Danja. Das ist dein Punkt, hast du dir verdient. Aber ich bin auch ein guter Coach. Ich bin auch ein guter Coach gewesen. Du bist doch eigentlich mein Coach, aber ich habe es gewonnen. Oh, schon wieder. Tom, Tom, Tom. Nein, was? Warum denn gegen Danja? Du bist, du bist, ach, gegen Danja. Tom, okay. Jetzt mach. Oh, okay. Ja, sieht jetzt nicht so sauber aus. Warum das denn nicht? Es sah einfach nicht sauber aus. Was soll ich machen? Soll ich lügen? Ja, aber guck doch mal den Abgang. Okay, war gut, war gut. Danja? Wisst ihr was? Ich enthalte mich jetzt der Stimme. Es sind ja genügend andere da, weil das wäre sonst nicht fair. Ich lasse es. Mal gucken, wie... Das finde ich aber eigentlich jetzt nicht richtig. Gut, okay. Da muss ich sagen, Danja war ein bisschen besser, Tom. Finde ich auch. Weiß ich jetzt nicht. Sorry, aber... Ja, guck mal, schon wieder 5 zu 2 für Danja. Wuhu, ich bin einfach die Gymnastik-Queen. Okay, so. Guck mal, wir sind jetzt nicht dran. Wir können ja jetzt im VIP-Bereich ein bisschen üben. Was ist denn hier der Nicht-VIP-Bereich? Aber hier kann man doch auch alles üben, was es da gibt. Ja, also das mit den... Passt natürlich wieder toll hier. An den Barren? Ja, also im VIP-Bereich... Das hat sich nicht gelohnt, würdet ihr sagen. Ja, nicht unbedingt. Mann! Wann bin ich denn jetzt mal dran? Also das waren die am schlechtesten ausgegebenen 50 Robux meines Lebens, muss ich sagen. Glaub ich auch. So, wann bin ich denn jetzt mal dran? Ich glaube, die normale Practice Area reicht eigentlich schon. So, Tom, du hast dich da... Okay, Danja, kommst du bitte auch einmal. Ich bin gleich, glaube ich, dran. Ja, ich bin Chef-Juror. Ja, sehe ich gerade, guck mal, boah, okay, die kann doch schon echt... Ich habe nämlich nach, äh, nachdem ich auf verschiedenen Wettbewerben betrogen wurde, obwohl ich gut abgeliefert habe, gerade auch von dir, Kahn, da habe ich mich dazu entschieden. Ich bin ab jetzt nur noch Juror. Oh, jetzt, Kahn. Jetzt los geht's, Kahn, gib alles. Okay, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Du musst doch was machen. Das mache ich doch. Du hast nichts gemacht. Doch, ich mache doch voll viel. Nee, jetzt nicht so einstudiert aus. Nee, ich habe mich nicht so überzeugt. Deine Zeit ist auch oben. Die Zeit ist auch oben gewesen. Ja, guck mal, was sie macht, sie macht gar nichts. Boah, das finde ich schon... Jetzt hör auf, ihr müsst schon fair bewerten, komm. Nee, ich finde es echt gut. Wir sind auf einem internationalen Turnier, ihr müsst das jetzt auch mal fair bewerten hier. Also, ich finde, sie hat es echt gut gemacht. Ja, wie ihr übertreibt. Nee, sie hat sich, weißt du, sie hat sich auch nicht so in den Vordergrund gedrängt. Sie hat es gut gemacht. Boah! Es sieht jetzt so aus, als hätte ich für die andere gestimmt, aber ich habe für Kahn gestimmt. Boah, ich habe für Kahn gestimmt. Boah, es war schon strong, es war schon strong. So, okay. Ich denke, ich habe es jetzt auch verdient, hier am Tisch zu sitzen. Ja, also es fällt auf jeden Fall auf, äh... Ja, okay, okay. Okay. Ja, aber auf die andere Matte... Ja, aber auf die andere Matte weiß ich nicht, ob das so fair ist. Ja, das ist ja hier... Sag mal, Töre! Amateöre! Unfassbar, dass so welche Leute zu internationalen Turnieren eingeladen werden. Ja, klassisches 6 zu 0. Ah! Warum immer gegen einen von euch? Okay, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Okay. Ja, das ist schon nicht schlecht, Kahn. Boah, aber starker Abgang. Das war ein schöner Abgang, ja, das war ein schöner Abgang. War schön. Boah, Tom, was ist denn los? Performance seines Lebens! Ja, aber boah, hui, 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 ja, das war hui. Und jetzt holt er die Performance seines Lebens raus. Ja, das macht er tatsächlich gerade. Oi, 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 jetzt geht er hier so, ja, hm. Ja, trotzdem, der Punkt muss natürlich an mich gehen. Abgerissen hab ich. Was? Ja! Das war ganz knapp. Mann! Okay, Danja ist dran. Danja ist dran, okay, schauen wir uns das an. Danja, los, zeig was! Oha, ich bin ja dran. Oha, spät gestartet, aber gut, oha, stark gestartet. Ja, okay, das hätte besser sein können. Ja, wenn der Abgang jetzt sitzt, ja, und Ende. Ja, perfekt. Das war stark. Also, wenn das eine Schulnote wäre, hätte ich dir eine 4 plus gegeben. Was? Ah, das war jetzt ein Spaß. Okay, ja, alles klar, also du hast safe gewonnen, da kommt ja gar nichts. Sie springt ja nur. Ja, alles klar. Ja, das ist, Danja, alles gut, damit gewinnst du halt. Mach dir doch keine Sorgen, damit gewinnst du. Ja. Ja, 7 zu 1 gewonnen. Ich hab' nicht mal geguckt, was auf meiner Uniform steht. Steht dann drauf. Danja kurz, die Wildcats. Wildcats in the house. Wildcats everywhere. Everybody say it loud. Wildcats everywhere. Raise your hands up. Yeah, hört mir jetzt mal kurz zu. So, ähm, ich wär' dafür, dass jeder von uns jetzt noch ein Finale turnen darf. Also, jeder noch eine Partie, auch wenn die von allen gegen uns ist. Also, auch wenn das gegeneinander ist, okay? Everybody say it loud. Und der mit den meisten Punkten ist heute Turniersieger. Okay, mein Finale. Okay, Kahn. Ja, let's go, Kahn. Okay, dann müssen wir mal Kahn ansprechen. Du bist dran! Ja, ich mach doch! Tom, pack die Pompons aus, Tom! Woo! Aber wie machst du das, dass der so, dass der so... Einfach auf dich draufklicken. Ah. Woo, Kahn! Woo! Woo, woo, woo! So, ich fand das stark. Ja, du hast ein bisschen zu spät aufgehört. Du hast auch ein bisschen zu spät angefangen. Ja, aber guck mal, was da bitte ist. Das ist doch gar nichts. Boah, den Move fand ich schon krass. Ja, aber hey. Kann man schon mal einen Punkt für verzichten. Wir sind ein Team, kommt schon. Ja! Ich wusste es. Ich bin einfach als, äh, Turner geboren. Oh, Tom? Okay. Okay. Tom, woo! Tom! Woo, woo! Los jetzt. Tom, Cats in the house. Na, 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 na. Tom, Cats in the house. Okay. Okay, Tom. Und los. Wir haben extra nicht zugeguckt, wir gucken nur zu dir. Jetzt geht's rund. Okay, ja, ja, kann besser, geht besser, geht besser. Was für geht besser? Wow. Und jetzt noch schnell ein Abgang. So, nicht über die Linie! Okay. Wooo! Ja, das war schon stabil. Ist okay. So, jetzt müssen wir für die richtige Person noch abstimmen. Die Liegestütze hätten nicht sein müssen am Ende. Ja! Woohoo! Sogar die andere Person hat für mich gestimmt. So, okay. Danja, bereite dich auf dein Finale vor. Oh! Das Finale mit Tom! Okay. Danja, du bist okay. Okay, okay. Woo, Danja! Oh, stark, stark. Okay, das war ein bisschen zu früh abgebrochen. Ja. Oh, das war gut. Das war gut. Oh, stark. Stark, stark. Tom, da muss was kommen. Tom, okay, Tom, du bist dran. Woohoo, Tom! Danja, du bist durch, lass es. Ja, ich weiß. Ich wollte ja nur nochmal. Du musst ja auch mal auf dich aufmerksam machen. Ja, ist okay, Tom, aber ich würde dem Punkt trotzdem Danja geben. Das ist okay. Du machst es gut, aber ich finde, Danja hat es jetzt auch verliebt. Ich kann es nicht genau nachprüfen, ich habe Danja nicht zugeguckt. So, sehr gut. Leute, wir waren heute wieder einen Tag als Turner unterwegs und Tom das erste Mal in seiner ersten Turnstunde, ja, man sieht es, er braucht auf jeden Fall Übung, aber die hat er mit mir ja gefunden, ich bin ja der perfekte Coach. Danja, könnt ihr ja sehen, die Schülerin wird langsam echt gut, wird zur Meisterin langsam, aber nicht zu dem Meister, ist ja klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommt hier im Blog aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö! Ciao! Tschö!